So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go und eigentlich habe ich was ganz anderes vorbereitet für heute, für jetzt, aber jetzt ist schon wieder was erschienen und ich möchte euch das kurz nochmal zeigen, das ist nämlich auch wichtig, irgendwo könnte man denken, die legendäre Jahreszeit endet, es ist nämlich dann morgen der 1. Juni, das heißt drei Monate sind um, das heißt diese saisonellen Dinger wechseln, es wechselt ja so vieles, ihr habt auch die besonderen Boni, aber die halten immer noch einen Monat, mal gucken, ob die nochmal verlängert werden, da blickt man ja eh gar nicht mehr durch, besondere Bonusse, was hier steht, statt Boni, das ist ja das wegen Corona, dass ihr da so verschiedene Sachen habt, wer weiß, wie lange die noch gehen, die wurden immer selbstständig, immer verlängert, 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 was jetzt für dieses Video wichtig ist, ist hier die legendäre Jahreszeit, das habe ich kurz mal, wer das nicht sieht, wenn ihr irgendwas nicht wisst, drückt einfach mal, bei eure Feldforschungsaufgaben auf das Fernglas drauf und wechselt von Feld nicht nach rechts zu Spezial, sondern nach links zu Heute, denn in der Heute-Übersicht seht ihr immer alles aktuell, was los ist, da steht zum Beispiel auch drin, dass bei dem anderen Event, bis heute Abend 19 Uhr, ihr noch Geschenke öffnen könnt, also vermehrt Geschenke, normalerweise könnt ihr 20 öffnen, durch die besonderen Boni könnt ihr 1,5 mal so viele öffnen, also 30, aber durch das noch andere besondere Event könnt ihr ja die doppelte Anzahl öffnen, also dann von 30, also 60, 60 Geschenke öffnen, keine Ahnung, das geht auf jeden Fall noch bis heute 19 Uhr, das war vorgestern, gestern und heute, wer das genutzt hat, bitteschön, könnt ihr machen und diese legendäre Jahreszeit, wo bestimmte Pokémon erscheinen, die ganzen drei Monate über, plus die 1,25-fachen Raid-EP bei Stufe 5 Raids, Wer das gemerkt hat, normalerweise gab es ja immer 10.000 Erfahrungspunkte für einen 5er Raid, die ganze Zeit gab es jetzt 12.500 Punkte für einen 5er Raid, das hat sich bemerkbar gemacht, gerade wenn man Glücksei anhat und hat mehrere Raids zusammen gemacht, wie bei der Raidmania und diese Zeit endet jetzt, denn, zack, wir haben einen Artikel von GoGames, gleichzeitig möchte ich auch meinen Kollegen hier einblenden, denn das Mega Sumpex verschwindet auch heute und morgen ist dann ein anderes Pokémon hier und begleitet mich durch meine Videos, nämlich das Gewinner-Pokémon vom Tickfight AFK, was das ist, werdet ihr dann später sehen, verdammt, ich habe, jetzt habe ich schon Videos vorproduziert für die ganze Woche und habe nicht das neue Pokémon rein, Egal, das seht ihr dann, wenn ich zurückkomme, das neue Pokémon, Saison der Entdeckung heißt das nämlich jetzt, ab 1. Juni und ihr seht schon sehr schön hier auf diesem Bild ein Saison-Kids, Saison-Kids gibt es mit verschiedenen Umhängen, sozusagen, je nach Saison, deswegen heißt es ja auch Saison-Kids, also Saison-Kids, das Grüne haben wir bisher noch nicht gehabt, es gibt zwar schon Leute, die haben das Grüne, aber das Grüne haben wir bisher noch nicht gehabt, das ist dann das Sommer, das Frühling, das sonst was, ich würde sagen eher Sommer, Hannes wollte mir schon eins tauschen, ich habe gesagt, nee, komm, das kommt irgendwann bei uns, ich nehme das dann da mit, deswegen sehr schön, dass es jetzt wechselt und dass es auch wieder andere Pokémon gibt, die Spawns werden sich auf jeden Fall komplett ändern, da wurde ja das groß angekündigt hier, Go Beyond Seasons, dass Jahreszeiten eingeführt werden, die immer drei Monate dauern, unsere legendäre Jahreszeit ist um, wo auch die letzten Events unter dem Motto standen und jetzt kommt eben die Saison der Entdeckung, Entdeckung vom 1. Juni 10 Uhr bis September, 1. September 10 Uhr, so lange haben wir jetzt also die Saison der Entdeckung. Legendäre Pokémon, die Saison beginnt kolossal, mit Regirock, Regi-Eis und Regi-Steel in Raids, das wurde ja nun schon angekündigt, das wussten wir, viele waren enttäuscht, aber wie ich sehe bei den Umfragen im Community-Tab, viele waren auch übelst erregt, da sie eben noch gar nicht so lange spielen, noch nicht mal die Pokédex-Einträge haben, und die gibt es ja auch schon als Shiny, also ihr könnt nicht nur die Pokédex-Einträge, sondern auch die Shinies jagen und andere könnten XL-Bonbons jagen oder halt für die GBL noch ein gutes Regi-Stil, beziehungsweise ein schlechtes Regi-Stil, halt eins mit, ich glaube das ist besser, wenn man da einen 100er hat, das kommt eh glaube ich nur auf 2.4, also lieber eins, was man komplett hochziehen kann, damit es an die 2.5 überhaupt rankommt. Im Anschluss folgt eine Überraschung, die bislang noch nicht angekündigt wurde, mehr Details wurden in der Monatsübersicht, für Juni bekannt gegeben, alle haben jetzt schon gerätselt, es wurden zwei Namen genannt, die möchte ich jetzt nicht hier nennen, weil ich sie nicht mehr weiß, weil die ganz neu sind, das sind noch 2 Regis aus der Galar-Region, und dann hieß es, vielleicht kommen die ja dann nach den 3 Regis, die wir kennen, aber eigentlich wäre viel sinnvoller, wenn eine Überraschung kommt, also wenn ein Pokémon als Überraschung nach den 3 Regis kommt, dass eben nicht die 9 Regis aus der Galar-Region kommen, sondern Regigigas. Neyendik hat hier bewusst den Begriff kolossal gewählt, es ist naheliegend, dass der nachfolgende Raid-Boss Regigigas ist. Ist natürlich nicht bestätigt, ist nur eine Vermutung, würde ich natürlich übelst feiern, Regigigas gab es nämlich aus einer Spezialforschung damals, die man mit Ticket kaufen konnte. Wer hat das Ticket damals gekauft für Regigigas, seid ehrlich, schreibt es rein, schämt euch nicht, ist doch ein cooles Pokémon. Danach gab es Regigigas für alle, sozusagen, in X-Raids. Aber nicht jeder hat eine X-Raid-Einladung bekommen, X-Raids kennen die meisten gar nicht, weil es die jetzt schon ewig nicht mehr gibt, seit Corona, seit Cochonis, gibt es keine X-Raids mehr, aber ist darum eher ein seltenes Pokémon. Ja, Mewtwo war ja auch in den X-Raids, dann in den 5er-Raids, dann wieder in den 5er-Raids, wieder in den 5er-Raids, Regigigas war in den X-Raids. Und nicht jeder hat das bekommen, nicht jeder hatte eine Einladung, seitdem spurlos verschwunden. Jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, Regigigas wirklich in die 5er-Raids zu packen und für alle zu releasen. Vielleicht sogar als Shiny, muss aber noch nicht als Shiny, es wäre ja trotzdem das Debüt in den 5er-Raids. Es würde auch reichen, wenn sie das erstmal normal bringen, die meisten Leute würden sich trotzdem drauf stürzen. Erreicht auch relativ hohe WP, kommt auch auf 4000 mindestens, auf Level 40. Eviltal und Xenias kommen auf 4200 bei Level 50. Aber er kommt schon auf 4000 bei Level 40, also der würde auf jeden Fall richtig gut abgehen. Fast vergleichbar mit Mewtwo, der hat sicherlich dann auch 4500, 4600 oder so auf dem Kasten, würde ich vermuten jetzt, auf Level 50. Dann wurde das Go-Face, wisst ihr ja, das Go-Face passt auch rein in die Saison. Die wilden Pokémon, die wechseln alle, ihr habt hier verschiedene komische Habitate. Mit der neuen Jahreszeit erscheinen unterschiedliche Pokémon in der Wildnis, dabei wird spezifisch nach Habitaten unterschieden. Wer das noch nicht wusste, es gibt im Prinzip immer Habitate. Und je nachdem, wo ihr euch aufhaltet und wie das bei euch bestückt ist, erscheinen andere Pokémon. Neben den gezeigten Pokémon erscheinen weitere, die noch nicht angekündigt wurden. Ihr habt hier in der Stadt, habt ihr hier Alola, Radfratz, Magnetilo, Porygon, Wald. Habt ihr hier Knofenza, Dodu, Pionscora, Berge, Rihorn. Das ist auf jeden Fall immer noch ein starkes, cooles Pokémon, gönnt euch das. Nasknet steht auch hier, Lithomyf, Wasser, Kavadom, Merrill. Geht doch weg mit Merrill. Merrill kann man das nicht einfach hier mit Edding, Weiß ausmalen, dass man es nicht mehr sieht. Weil mal, exklusive Pokémon, je nach Hemisphäre. Das ist, ne, Habitat, Hemisphäre, Hemisphäre nördlich, südlich, muss man nun erscheinen. Die einen sind oben, die anderen sind unten, ne. Irgendwann werden unten die nach oben kommen, ich sag's euch. Und oben, die werden stürzt, sind nach unten und Verschwörung. Nord habt ihr hier einiges aufgelistet, was wäre da jetzt interessant? Ähm, joa, nichts. So ein Hydropi geht auf jeden Fall immer, Sumpex, Hydropi geht immer, Sumpex. Ähm, südliche Hemisphäre, ganz klar, Schlurp. Da freut sich nämlich der Ismo. Palimpalim ist ganz chillig, eben wegen dem erhöhten Staubbonus, wenn man das bekommt. Deswegen kann man auch mal mitnehmen. Ähm, Eier, auch hier, Eier wird sich einiges tun, wird sich einiges wechseln. Zwei Kilometer Eier, äh, guckt euch einfach die Bilder an und spielt lustiges Rätselraden. Fünf Kilometer Eier, ähm, ja. Tockepi. Zehn Kilometer Eier, Praktibalk. Geronimatz. Viskora, glaube ich. FM. Äh, das sieht doch gut aus. Manche brauchen noch ein shiny Geronimatz, äh, Praktibalk ist immer nice. FM, brauchst du ewig viele Bonbons zum Entwickeln. Viskora, relativ neues Pokémon, auch für Bonbons alles. Also die zehn Kilometer sind durch diese Pokémon sehr fresh geworden. Dann habt ihr die fünf Kilometer Abenteuer Zinkeier. Ja, finde ich jetzt nicht so. Obwohl Schilderus, Bolderus für GBL vielleicht interessant wäre. Cock, Cocknodon oder Rameidon, äh, guter Gesteinsangreifer natürlich ist. Die zehn Kilometer Abenteuer Zinkeier mit Kindwurm, Tarnel, Kaumalad und Riolu. Das sind auf jeden Fall vier starke, sinnvolle, gute Pokémon, die auch alle eine Mega-Entwicklung haben. Fällt mir gerade ein. Feldforschungen werden auch wieder jeden Monat wechseln. Das wisst ihr ja, alles Mögliche. Also drei Monate werden insgesamt jetzt, also besondere Pokémon erscheinen. Hier haben sie das Sesokids draufgepackt aufs Bild, aber das erscheint hier jetzt nicht. Aber es sind ja nicht alle, die erscheinen. Trotzdem das auch nochmal angemerkt. Man weiß natürlich nicht, gibt es jetzt auch noch besondere Boni dazu oder nicht. Weil jetzt war es ja so, dass wirklich die ganzen drei Monate diese erhöhten Raid-EP waren. Ich glaube nicht, dass die einfach nur die Pokémon-Spawns ändern. Es wird sicherlich für diese drei Monate auch einen Bonus geben. Vielleicht gibt es ja 1,25-fache Staub-Multiplikation, ne? Die ganzen drei Monate. Oh, nein, was wir es... Oder sie lassen die Raid-EP halt, dass es das dann auch so gibt. Aber dann ist das ja eigentlich Quatsch, dass das nicht begrenzt ist, sondern drei Monate war, drei Monate weiter geht und wieder drei Monate kommt. Und dann nochmal drei Monate, dann war das das ganze Jahr. Und dann könnt ihr ja immer für einen 5er 12,5 machen statt 10. Egal. Das also nur kleine Info. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt mir rein, ja, was auch immer. Was solltet ihr reinschreiben? Achso, ja, wir hatten es von... Ich weiß es nicht mehr. Hä? Habe ich nicht am Anfang irgendwas gefragt? Und wollte wissen, ob ihr irgendwas... Ich weiß es nicht mehr. So, ich weiß nicht mehr, ob es es ging. Das heißt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses. Vielen Dank.